Ja, ich bin der Heinz, ich bin Business Coach, wohne in Zürich, in der Schweiz. Warum bist du zum Seminar der Lizenz zum Geldverdienen mit Ralf Schmitz gekommen? Was waren deine Erwartungen hier? Ja, weil ich natürlich auch mich über Online-Marketing besser positionieren will und genau wissen will, wie man das macht, wie man die Prozesse aufbaut. Okay, sind deine Erwartungen erfüllt worden? Und was hat dich am meisten begeistert hier? Ja, bis jetzt sind die Erwartungen erfüllt worden. Ich habe jetzt auch das eben zum Teil nicht ganz einfache oder nicht ganz verständliche Wording verstanden und sehe jetzt klarer, wie man die Prozesse aufsetzen muss, damit die erfolgreich sind. Würdest du das Seminar der Lizenz zum Geldverdienen weiterempfehlen? Und wenn, warum? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, ich hätte das eigentlich schon früher gebraucht und hätte dadurch wahrscheinlich nie mehr Zeit und Geld sparen können und wäre effizienter vorwärtsgekommen.